Thema dieses Films sind die Moose. Moose können vom Boden bis hinauf in die Baumkronen wachsen. Allerdings werden sie selbst in der Regel nicht höher als wenige Zentimeter. Das liegt daran, dass Moose weder Stütz noch Leitgewebe ausbilden. Ohne ein Stützgewebe können sie nicht in die Höhe wachsen. Moose sind also niederwüchsig. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Der Fall ist vor, er hat auf das große kollektive gesamt. Untertitelung des ZDF, 2020